Ja, dass man auch weit so mal anfährt. Hey! Hey! Bruder, was ist das denn? Alles klar? Alles klar! Ja, ich wollte als Radheld für Rheinland-Pfalz mal ein bisschen Mountainbiken im Felserwald. Was muss man denn hier sehen? Ja, hier gibt es viel zu sehen. Komm, ich zeige dir ein bisschen was. Okay. Reicht oder schwer? Zum Anfang, so mittel. Mittel, gut. Komm, Marcel, quäl dich! Ich versuche jetzt! Hier, das geht durch den Mittelpunkt der Erde und kommt hier wieder raus. Und jeder Wanderer oder Mountainbiker, der hier vorbeikommt, der soll die Weltachs schmieren. Ja, gut. Dann halten wir fest, also die Erde ist keine Scheibe. Und die Felser haben es rausgefunden. Ganz genau. So, Bikepark in Trippstadt. Ganz flowige Leinen hier und eine ganz spezielle Art des Mountainbikings. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.